Leute, das ist der Kaffee. Ein Geschisssturm wie der Schwere Schisssturm. Ihr wisst, was das heißt. Undurchdringliche Panzerfront und tödliches Maschinengewehr. Achtung! Ihr Wunschritt hier ist gemäß internationaler Wettbewerb in Italien. Bleiben Sie, wo Sie sind. Auf die Sanktion. Bewegung! Fähig gehabt, Jungs. Es gibt noch einen... Ich glaube, es ist noch ein... 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 Ich glaube... Oh, shit. Oh, shit. Irgendwo werde ich getroffen. Ich sehe nicht, woher. Dies ist ein Schwerbereich. Wenn Sie ihn nicht umgehend verlassen, übernimmt unser Sozialstieg. Keine Herausforderung für Ihr Wettbewerb. Oder einen Kumpel noch. Oh, shit. Ja, kann ich. Nein, der hat sich das schon gegeben. Fuck! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da muss ich mal wieder beschreiten. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die Leute haben nichts geschafft. Die Leute haben nur Scheiße geschafft. Die haben eine Hochsicherheitseinrichtung betrieben. Oh mein Gott. 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 Ich muss nachher an. Gibt da noch eins? Das sind noch mal welche. Fuck, zurück, zurück, zurück. Musik 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 Ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit. oh Unautorisierter Zutritt verzeichnet. Verstärkung bitte sofort in diesem Sektor melden. So, jetzt habt ihr zum Treffer auf Blackwood neue Server. Habe ich keine Dauerverdeckung raus, weil ich bin meistens gleich tot. Jetzt kommen die Gegner, wo man abschießen muss. Der Aufzug ist da. Jetzt wird's heftig. So, wenn wir echt in Deckung bleiben, dann muss sicher gehen. Und wenn das Ding aufgeht, muss man jetzt auch öfters reinschießen wahrscheinlich. Was ist das Ding da? Das haben wir noch nie gesehen. Geht mit weiterer Position. Fakt. Unwärtschütteln. Er schiebt zurück. Die Deckung. Die Deckung ist schon seit 2. Die Deckung bekommt das Ding. Es geht schon seit 3. Die Deckung wird das Ding. Geht's auf. Fuck. Geht's auf. 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 Die leckte ich selber. Ich muss da oben nochmal reinschießen, paar Mal ins nächste Mal aufgeht. Die in den Schiffen, die ist in der Fall. Meine Bogenne, ist das nicht. Ich habe nichts für Sie, was ich hierhin bin. Kommen Sie, was ich hierhin habe. Ich bin hierhin. O-Nein, das ist ein paar Worte. Jetzt werde ich wiederbelebt. 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 Schwer Irrtshaker Schütze haben wir bekommen. Gucken, was wir jetzt kriegen. Hoffentlich kein Helm, sondern nur irgendeine Waffe oder sowas, weil da steht dran, garantiert Waffe. Überleben der Besten. So stand es im Internet drin, ich hoffe jetzt auch mal, dass sich das so bewahrheitet. Ja, das ist ja begrenzt, das verstehe ich nicht. Megakiste Irrtshaker, Irrtshaker AX308, eine Stunde hier, ich dachte da gibt es was drum.